Passt. Dann willkommen zum SEO Meetup. Unser heutiges Thema ist eben International SEO. Wir schauen uns das wirklich an, wie entweder Mehrsprachigkeit umsetzt, was jetzt in Tirol sehr aktuell ist, oder auch für Online-Shops im deutschsprachigen Raum, wie mehrere Länder wirklich gut ranken, weil die meisten Leute versuchen dann das zum Beispiel im deutschsprachigen Raum mit einer Com zu ranken, wobei es eigentlich eine viel bessere Lösung, was wir bei unseren Kunden sehen, wenn du mit CC-TLDs, also wenn du mit DE, AT und CH versuchst zu ranken. Lohnt sich einfach. Sicher, es ist viel mehr Aufwand, aber du rankst langfristig einfach viel, 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 viel leichter. Und das schauen wir uns heute an. So, grundsätzlich einmal, was ist überhaupt International SEO? Das kann entweder sein, dass ich meine Website, ich habe eine Hotel-Website und will die umsetzen in Holländisch, Deutsch und Russisch. Das ist die klassische Variante. Oder ich habe ein Projekt, das ich für verschiedene Länder ranken will. Und das können natürlich unterschiedliche Sprachen sein. Oder wie im deutschsprachigen Raum habe ich einfach die jeweilige Länder-Domain. Ist ja trotzdem wieder internationale SEO. Schau, das Ding hört gar nicht auf. Passt, also wer braucht internationale SEO? Naja, Online-Shops, die was neue Märkte erschließen wollen, das kann nicht sein. Was wir jetzt zum Beispiel haben, irgendjemand will auf einmal in den spanischen Markt einsteigen oder in den italienischen Markt haben wir jetzt auch schon gehabt. Und will einfach seinen Markt vergrößern, weil er glaubt. Und da, das werden wir uns nämlich rein im Kontext anschauen, wie man recherchiert, ob es Sinn macht, überhaupt einen anderen Markt zu erschließen. Weil die meisten Leute machen eine klassische Marktanalyse, wobei du ja einfach auch checken musst, ob die Leute das über Google kaufen. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist Italien. Italiener kaufen gerne, logischerweise, Designermöbel, aber kaufen sie auch gerne Designermöbel von einem nicht-italienischen Hersteller. Ist eine Frage, die man sich vorne hinein stellen muss. Dann, Firmen mit mehreren Standorten, also in unterschiedlichen Ländern, brauchen auch, müssen halt ein Standortmanagement haben, müssen das vielleicht sogar über Google My Business, müssen sogar vielleicht wirklich lokale SEO in andere Länder machen. Was ist da extrem wichtig, dass du die richtige Domain hast. Also, dass du für Österreich die RT hast, dass du für Deutschland die DE hast. Dann, Firmen, die Software vertreiben. Also, ganz klassisch, was wir in den letzten Jahren ja extrem gesehen haben, ist ganz viel Software as a Service. Und da gibt es ja nichts leichteres als, ich habe meine Webseite auf Englisch, machen die ganzen SEO-Tool-Anbieter, haben eh das Tool schon fertig und machen dann einfach eine deutsche Version davon mit deutschem Content und versuchen so Kunden abzuwerben. Also, was wir jetzt da sehen, ist in Europa, oder besser gesagt im deutschsprachigen Raum, gibt es SEO-Tools, die nirgends anders auf der Welt verwendet werden und jetzt erst entdecken die internationalen Tools, was das für ein unglaublicher Markt ist. Weil zum Beispiel, deutschsprachiger Raum reagiert jetzt zum Beispiel Sistrix als SEO-Tool, auf der Welt überhaupt keine Chance. Da gibt es einfach bessere Tools und da ist jetzt gerade ein riesiger Kampf und da geht es auch um eben die Mehrsprachigkeit. So, und das ist eigentlich meiner Meinung nach der wichtigste Part, den wir heute besprechen werden, ist die Recherche und wie man das angeht, weil ich einfach da bei unseren Kunden auch sehe, dass sie einfach in irgendwas, sich auf etwas einlassen, was sie nicht einmal verstehen. Also früher war das einfach so, du hast eine riesige, umfangreiche Nachfrage-Recherche und so weiter gemacht, was du ja alles heutzutage relativ günstig machen kannst, wenn du jetzt schaust online. Trotzdem machen das Kunden ungern und schauen sich ungern an. Sie hätten halt gern, dass die Zielgruppe, die sie in ihrem Land jetzt haben, ist auch die Zielgruppe im Ausland und das ist oft halt nicht so. Es sind andere Leute, die die Sachen kaufen und das schauen wir uns jetzt eben an. So, was sind jetzt grundlegende Fragen, die man sich vorher stellen sollte und das sind jetzt wirklich Fragen aus der Praxis, die, was ich gesehen habe, Kunden von uns sich offensichtlich nicht davor gefragt haben, bevor sie ihre Seite internationalisiert haben. Naja, ist wirklich Nachfrage über Google vorhanden? Weil es ist einerseits Nachfrage über, es gibt eine Zielgruppe und was anderes ist, ob Leute es über Google suchen und dann kaufen oder ob es ein Produkt ist, was Leute vielleicht viel lieber lokal in ein Geschäft kaufen. Es kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Wie haben wir es jetzt als bestes Beispiel ist, wie kaufbereit sind wir in Europa online und wie kaufbereit sind Leute in Amerika online. Da ist ein riesiger Unterschied. Ein amerikanischer Markt, da hat jeder schon seine Kreditkartendaten und so weiter. Kannst du dann noch kurz mal schauen, was der Schrothaufen da hat? Passt. Dann ist mein Produkt bzw. Dienstleistung nicht passend für das Zielland. Das ist, was wir jetzt zum Beispiel Kunden sehen, die was in den arabischen Raum einsteigen. Im arabischen Raum sind die Werte so anders wie bei uns, dass du nicht, du kannst nicht einmal das gleiche Produkt oder die gleiche Dienstleistung, das kannst du so nicht anbieten. Du kannst keinen Content schreiben, der was gleiches wie das. Dann verstehe ich den Umfang dieses Unterfangens. Wenn du eine neue Sprache hinzufügst, dann ist es meistens die meisten Leute, die Leute, die jetzt da sitzen, sind teilweise Webdesigner und meistens ist es für den Kunden, hey, ich habe eine Hotelwebsite und ich füge jetzt eine zweite Sprache dazu. Wenn du es richtig machst und wirklich Erfolg haben willst, gehört einfach viel mehr dazu. Dann gehört es nicht nur dazu, dass ich den Text einfach übersetze und hey, jetzt habe ich eine slash DE und eine slash EN, sondern gehört dazu, dass ich das wirklich kulturalisiere. Das heißt, den Content und die Call-to-Actions schneide ich zu auf die neue Zielgruppe. Ich muss letzten Endes alle Keywords komplett neu recherchieren, was ich vielleicht gar nicht kann, wenn ich die Zielsprache nicht ausgezeichnet beherrsche. Und vielleicht verstehe ich gar nicht, wie die Zielgruppe bzw. wie diese Kultur einkauft, welche Zahlungsmittel mögen die etc. etc. Was das ist, ist so leicht, einen Online-Shop mehrsprachig zu machen. Aber man muss mit bedenken, dass dann auch Zahlungsmittel, außer jetzt Paypal und Kreditkarte, Sofortüberweisung, kennt keine Sau im Ausland. Passt. Dann etwas, was man sich auch oft vergisst, ist, habe ich überhaupt die Möglichkeit bzw. die Ressourcen, Content zu produzieren für andere Sprachen. Weil die Zeiten sind einfach vorbei. Also ich merke immer, dass vor allem in Österreich, wir sind mit allen 10 Jahren hinten. Content ist jetzt schon riesig und jetzt ist sogar wieder die Verlagerung zu, dass das alles auf Video-Content geht. Und wir sind immer noch dabei so, wenn ich meine Website übersetzt habe, dann bin ich fertig mit meinem Content-Marketing in der Sprache, weil ich habe es eh übersetzt. Aber wenn ich wirklich in einer Sprache herrschen will, dann muss ich eigenen Content für diese Sprache kreieren, eigenen Content für diese Zielgruppe kreieren. Und die Frage ist, habe ich die Ressourcen, habe ich die im Haus. Weil die Ressourcen für meine eigene Sprache habe ich meistens im Haus. Aber wenn ich für eine andere Sprache, kann ich nicht die ganze Zeit ein Übersetzungsbüro für das anstellen. Und ein Übersetzungsbüro macht zwar auch Kulturalisierung, ist aber oft dann doch nicht gut genug, um Content-Marketing zu machen. Dann funktioniert mein Alleinstellungsmerkmal auch im Ausland. Wir haben da jetzt gerade ein super Beispiel von einem Kunden, eben auch Möbelkunde. Und sein Alleinstellungsmerkmal funktioniert einfach nicht im neuen Zielmarkt. Also er verkauft ein Produkt, was in Österreich da ist eher ganz was Besonderes. Im anderen Land kennt man das nicht so gut. Und er verkauft eigentlich alles andere im Kontext rund um das Produkt. Und da muss ich mir überlegen, vorher durch Recherchen, wenn ich das jetzt alles realisiere, kriege ich da überhaupt, kann sich das rechnen. Und das ist halt das Tag so leicht zu recherchieren, trotzdem machen es die Leute. Ich kann mir anschauen, was ist mein Conversion Rate in meinem eigenen Land. Dann kann ich ein paar testweise Landingpages machen für das andere Land. Dort Adwords draufschicken, kann ungefähr mir die Conversion Rate ausrechnen. Dann kann ich mir ungefähr basierend auf der Klickrate ausrechnen, wenn ich jetzt wirklich im Ausland rank, wie viel Traffic kriege ich dann mit der Conversion Rate, was wird daraus ergeben. Das heißt, nur weil sich Leute nicht auskennen, du kannst auch bei SEO alles ausrechnen, wie das funktioniert. Und dann werden Leute sagen, hey, aber in Google Analytics sehe ich ja nicht, welche Keywords ich habe. Aber das ist ja mittlerweile auch schon behoben. Es gibt jetzt einfach durch künstliche Intelligenz, wird zugewiesen, über welches Keyword ist der User höchst. Wahrscheinlich mit einer Chance von 95% ist er gekommen. Das heißt, die Crew wirklich ausrechnen pro Keyword, was ist mein Conversion Rate und wie wertvoll ist der Traffic. Und kann mir eigentlich mein Umsatz, wenn ich den Umsatz habe von meinem Heimatland, kann ich mir schon ausrechnen, wenn ich wirklich rank, was mache ich dann für einen Umsatz monatlich. Dann verstehe ich die Customer Journey im neuen Zielland, ist auch etwas, was man gerne vorbeischaut. Natürlich, Deutschland, Österreich, super ähnlich. Du kannst meistens, du hast einen Shop auf HD, machst einen Shop auf DE, alles wunderbar, Customer Journey, genau das gleiche. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel schaue nach, schon in die Schweiz, dann sind teilweise, also wir haben mehrere Schweizer Kunden, Schweizer sind einfach anders als wie Deutsche und Österreicher und verhalten sich auch anders. Und da muss ich wirklich tiefgreifend, wenn ich die Keyword-Recherche mache, schauen, auf was Leute achten und was ist der Ablauf, wie sie Sachen suchen. Also in Deutschland ist klassischerweise, in jedem Shop-Bereich gibt es sowas wie, hey, die Leute suchen nach Kosten von Produkt, Vergleich von Produkt, Erfahrungen mit Produkt etc. Und zum Beispiel, was wir in der Schweiz sehen, ist, dass die Schweizer halt, die sind extrem so, dass sie schauen, dass sie aus dem eigenen Land kaufen. Und da muss ich mir etwas überlegen, dass ich das irgendwie umgehe, dass ich vielleicht einen Schweizer Standort habe, damit ich in mein E-Pressum einschreiben kann, dass ich eine Schweizer Firma bin und so weiter. Weil Schweizer auf sowas acht geht. Passt. Was sind jetzt so essentielle Punkte, die was in meiner anderen Sprache komplett anders sein werden? Mit Keywords, dass die anders sein, meine ich jetzt grundsätzlich, du kannst Keywords nicht übersetzen, weil andere Länder, andere Sitten, das heißt, Leute suchen auch anders. Ich sehe das andauernd wieder, also zum Beispiel Österreich und Deutschland. In Österreich sagt man Zirbenbett, in Deutschland sagt man Zirbenholzbett. Macht überhaupt keinen Sinn, aber sogar bei so, also wo die Sprache das Gleiche ist, suchen Leute trotzdem anders. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie es in einer anderen Sprache, da kann ich nicht einfach sagen, hey, ich habe das jetzt in Google Translate oder in DeepL eingeben, sondern da muss man wirklich überlegen. Da schauen wir uns nachher eh einen Prozess an, was mache ich, wenn ich die Keyword-Recherche machen muss, aber ich die Sprache nicht beherrsche. Die Situation haben wir schon gehabt, du brauchst halt dringend ein Native, aber das schauen wir uns dann danach an. Dann logischerweise, ich kann nicht davon schließen, dass wenn etwas in Österreich voll gefragt ist, dass es auch in Deutschland super gefragt ist. Wie der Beispiel, Zirbenbetten hat in Deutschland und Österreich fast das gleiche Suchvolumen, obwohl der Markt zehnmal so groß ist. Und solche Sachen, man darf nie blind eingehen, sondern man muss wirklich, wirklich gut Keywords recherchieren vorher. Dann, wenn ich in Österreich ranken kann, ist meist, also ich wüsste jetzt in Österreich keine Branche, wo es nicht leicht ist, mit SEO zu ranken, weil wir einfach Hinterwäldler sein und SEO wahrscheinlich erst in zehn Jahren aktuell wird bei uns. Aber wenn ich jetzt auf den deutschen Markt komme, da gibt es schon Branchen, wo ich jetzt sagen würde, hey, sogar wenn ich ein riesiges Budget habe, braucht es sicher zwei Jahre, dass ich mich da irgendwie etablieren kann. Und was ich dann voll oft helfen kann, ja, der amerikanische Markt oder der englischsprachige Markt ist das größte, da können wir einsteigen und bla bla bla. Aber die Skala von denen ist teilweise so gigantisch. Also wir haben jetzt einen Kunden im Bereich Augmented Reality. Das heißt, das ist das, was du kennst von Pokémon GO, ist Augmented Reality. Und wenn du da schaust, dass jeder, alle unsere Kunden zusammen sind teilweise nicht so stark wie einer von den Konkurrenten, die was wir da haben. Und das ist die Skala, wenn du jetzt wirklich englischsprachig gehst, allein schon wenn du .co.uk, Google.co.uk gehst, crazy. Die sind einfach viel mehr bereit, online zu gehen und viel mehr bereit, einfach online Kohle auszugeben. Dann, das heißt es noch nicht geht, wann sind die flaute Zeiten, sind natürlich anders. Wenn ich jetzt ein Hotel habe in Österreich und ich will jetzt in Deutschland ranken und ich will in der Schweiz ranken, dann werde ich sehen, die Urlaubszeiten sind logischerweise anders. Wenn die Leute kommen, ist es anders. Zum Beispiel sagen, Schweizer sagen dann zum Beispiel statt Urlaub, sagen sie Ferien und alles so minimale Sachen muss ich beachten, sonst schieße ich so am Ziel vorbei. Also ich sehe so oft, dass Leute Webseiten übersetzen und eine Webseitenübersetzung ist nicht günstig. Und dann hast du auch die Webseitenübersetzung und wenn du es falsch machst, machst du etwas komplett sinnlos. Also so wie in meisten Hotels Sprachen hinzufügen, das ist nett und das ist süß, es wird dann halt nichts bringen. Weil es steckt mehr Arbeit dahinter. Und natürlich, das ist jetzt wieder super advanced, aber wenn du jetzt crazy Märkte hast, dass ich Russland, China etc., dann hast du sogar andere Suchmaschinen, die vielleicht relevant sein. Sollte man wissen. Was verwenden wir jetzt für Werkzeuge, um zu analysieren, zum Beispiel wenn ein Kunde zu uns kommt, ja wir wollen jetzt im italienischen Markt einsteigen und lohnt sich das oder können wir da auch ranken oder wie viel Geld ist da drin, wenn wir da in SEO investieren. Was ist passiert, wenn wir 200.000 Euro in SEO investieren und jetzt zwei Jahre in die Zukunft schauen, was kann ich da erreichen. Zum anderen mal, bester Backlink-Checker und mein Lieblings-SEO-Tool überhaupt, Ahrefs, ist perfekt für eine organische Traffic-Analyse. Das heißt, ich kann mir genau anschauen, für was rankt mein Konkurrent. Also manche kennen das wahrscheinlich aus Sistrix, du siehst alle Keywords für die, was du rankst, nur Ahrefs macht das halt nur eine Spur besser, sehe rechnende aus in deiner Nische, was gibt es da, was du da durchschnittlich für Klickrate und so weiter und zeig dir dann wirklich dein Traffic-Potenzial an und so weiter. Hammermässiges Tool. Und hat eben seit neuestem auch, oder seit neuestem, seit 2016 haben die ein traditionelles Keyword-Recherche-Tool integriert, was neben SEMrush die größte Keyword-Datenbank auch für den deutschsprachigen Raum des Planeten hat. So, dann sind wir in der Web und da ist das coole, die wirklich bezahlte Version ist unbezahlbar. Also ich sage euch einmal so, wenn du da schaust auf das Pricing, dann stehen da keine Preise da, sondern du kannst nur nach einem persönlichen Gespräch sagen, was das kostet. Aber die haben eine wahnsinnig coole Pro-Version, die sind, was halt nur Registrierung erfordert. Und kostenlos kannst du zum Beispiel Konkurrenzvergleiche machen. Und du siehst wirklich, du kannst Seiten eingeben, siehst, wie viel Traffic kriegen die, was haben die durchschnittlich für eine Aufenthaltsdauer, was haben die für ein Bounce-Rate, wie ist der Marketing-Mix, das heißt, wo kriegen die den Traffic her, was sind die Seiten, von denen sie die Referral zu Rapid-Trafficking etc. etc. Jetzt werdet ihr fragen, woher haben sie die Daten? Genauso wie ein Großteil von den Daten von Ahrefs haben sie die über Clickstream. Und Clickstream ist das gaunerhafteste, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Wenn du irgendwelche Plugins in deinen Browser installiert hast, dann sammeln die Daten und werden meistens finanziert durch den Verkauf dieser Daten. Das heißt, du installierst ein Browser-Plugin, was schützt vor irgendwelchen, dass du auf falsche Webseiten kommst, als Beispiel. Und die sammeln Daten und geben das weiter an Google. Oder natürlich Google Chrome selber sammeln natürlich auch Daten für Google. Und die Tools haben einfach Deals mit den ganzen Plugin-Anbietern für Browser oder Erweiterungen, egal was du nennst, und holen sich da die Daten. Und dadurch haben sie teilweise unglaubliche Sachen. Also zum Beispiel Ahrefs zeigt dir an, wie oft auf wie viele Ergebnisse wird in die Suchergebnisse zu einer Suchanfrage geklickt. Das heißt, wenn jemand eingibt Zirnbett, klickt derjenige, der das Keyword eingibt nur auf ein Ergebnis oder klickt er auf zwei oder drei Ergebnisse im Durchschnitt. Und alles so irre Sachen. Oder wie oft kommt jemand zurück zu der Suchanfrage. Das heißt, der gleiche User, wie oft gibt er dann wieder neu das gleiche Keyword ein und sucht nochmal. Irre, weil da siehst du einfach, wie zufrieden sind die Leute mit den Suchergebnissen. Was ist einer Verhalten? Machen sie fünf Tabs auf und vergleichen dann die Seiten. Oder klicken sie auf das erstbeste Ergebnis und schauen sich das dann an. Irre. Okay. Dann SEMrush ist ein komplettes Suite für alles Mögliche. Also es kommt aus dem Bereich der Konkurrenzanalyse, aber hat Organic Traffic Analyse, bezahlte Traffic Analyse, Shopping-Ergebnisse aus Google, Display-Anzeigen, Hilft ihr mit On-Page Audit etc. etc. In diesem Kontext ist es super für die organische Traffic Analyse. Ich kann mir anschauen, auf was bietet die Konkurrenz im Ausland bei Adwords und alles Sachen hammermäßig einfach für eine Erstrecherche. Kann auch Keyword-Recherche, hat auch eine riesige Keyword-Datenbank. Was da auch noch dabei ist, ist Traffic-Quellen. Das heißt, ich sehe genau, welche Webseiten sind für die Konkurrenz zum Beispiel im Ausland wichtige Traffic-Lieferanten, außer Google usw. Da sehe ich mir jetzt auf der für euch linken Seite ist jetzt ein Similar-Web. Das ist jetzt eine Mini-Übersicht, also die Analyse ist tausendmal länger normalerweise. Ich sehe also von einem Konkurrenten, was sind seine Channels, die er verwendet, was sind die Top-Preferring-Websites, also wo kriege er seinen Traffic her und von dieser Website in welche Kategorien fallen die. Ich kann schon brutal viel daraus auslesen. Dann auf der rechten Seite sehe ich jetzt von Ahrefs. Ich gebe die Domain von meinen Konkurrenten ein und er sagt mir, hey, in dem Land ranken die bei Google für 107 Keywords jetzt bei der Schweiz und haben basierend auf die 107 Keywords und die Rankings von denen circa so und so viel Traffic. Mega geil natürlich, um einzuschätzen, wie der Markt ist, was sind wichtige Keywords, was sind unwichtige Keywords und so weiter. Dann schauen wir uns an die Zielausrichtung. Also wir haben jetzt recherchiert, ob das Sinn macht. Und jetzt machen wir uns Ziele, also wie wollen wir das Ganze angehen, was braucht man dazu und was heißt Zielerreichung. Und danach schauen wir uns eben an, wie man optimiert. Was ganz, ganz, ganz wichtig ist, was wir auch logischerweise als SEO-Agentur noch mehr miterleben, ist wichtig, dass du dir wirklich Fokus-Keywords bestimmst, für die du ranken willst und dass du die mitverfolgst. Das heißt, ich würde nicht nur auf, natürlich wirst du auf organischen Umsatz, ist das der wichtigste Wert, letzten Endes. Aber wenn du jetzt in einer Organisation Ziele festlegen willst, wäre es wichtig, bestimmte Keywords zu bestimmen und dann zu verfolgen, wie entwickeln sich die Rankings für diese Keywords. Muss man sich da jetzt 1000 Millionen bestimmen? Nein, es macht am meisten Sinn einfach die wichtigen Keywords von einer Nische. Das heißt, die haben ein hohes Volumen, ein relatives und eine relativ gute Conversion. Das sind so meine essentiellen Keywords. Und das liest man relativ leicht raus, welche Keywords es sind, wenn ich eine Konkurrenzanalyse zum Beispiel mit Aftraps mache. Weil ich schaue mir einfach an, die Konkurrenten in dem Markt, die ranken alle für die 30 Begriffe und optimieren offensichtlich für das. Das heißt, das werden wahrscheinlich die Keywords sein, die auch für mich wahnsinnig essentiell sind. Das heißt, wenn ich da einen Pool habe... Die Conversion von einem Keyword, kann ich das irgendwo ablesen? Das kannst du ablesen, indem du es so machst, dass du schaust, dass du vor, dass du in einen Markt einsteigst, Landingpages baust und AdWords Traffic drauf schickst. Weil sonst weißt du natürlich nicht, was ein Keyword für... Die meisten Firmen werden jetzt sagen, ja, aber das ist uns zu teuer. Aber dann musst du überlegen, wie dumm es eigentlich ist, zu optimieren auf etwas, was du nicht weißt, was nicht konvertiert. Ich sage immer, du willst zu jedem Keyword... Das kann echt teilweise teuer sein, aber wenn du jetzt eine große Kampagne hast, wo du das machst, du willst eigentlich pro Keyword ungefähr 1000 Klicks kriegen, damit du siehst, wenn du eine gute Landingpage hast, konvertiert das oder ist das ein Scheiß. Ja. Genau. Okay. Wenn ich jetzt da Fokus-Keywords festgelegt habe, und ich weiß jetzt den Pool von Keywords, was wichtig sei, und sie da habe ich eine umfangreiche Keyword-Recherche gemacht, dann wäre es auch leichter zu bestimmen, wer wirklich meine direkten Konkurrenten sein. Und das ist etwas, wo es wahnsinnig viele Missverständnisse gibt, ist, direkte Konkurrenten müssen nicht das gleiche verkaufen wie du, aber sie ranken für die gleichen Keywords wie du. Das ist etwas, was andauernd für Hackmax mit neuen Kunden sorgt bei uns, ist, ein direkter Konkurrent für mich ist der, der um das gleiche bisher Sichtbarkeit kämpft und nicht jemand, der das gleiche Produkt anbietet. Weil wenn der die gleichen Produkte anbietet, kann er trotzdem nicht in SEO investieren, ist für mich kein direkter Konkurrent. Aber es kann, wenn ich jetzt bei SEO-Tools schaue, dann kann es einen Tool-Anbieter geben, der eine traditionelle Keyword-Recherche anbietet, wo du ein Keyword eingibst und du kriegst dann Keyword-Vorschläge und eine konkurrenzbasierte Keyword-Recherche, wo es so ist, du gibst einen Konkurrenten ein und siehst, für welche Keywords der rankt. Das heißt, die machen zwei unterschiedliche Sachen, kämpfen aber um die gleichen Keywords. Das heißt, er ist ein direkter Konkurrent. Und das ist ganz wichtig zu beachten. Dann, wenn ich meine, ich habe meine Fokus-Keywords bestimmt, ich weiß, wer meine direkten Konkurrenten sein. Und direkte Konkurrenten, wieso ist das noch wichtig? Weil ich mir anschauen kann an den Similar-Web, was haben die für Aufenthaltsdauer, bla bla bla. Das heißt, ich weiß schon gewissermassen, was spricht die im Ausland an. Das heißt, welches Design spricht die an, welche Art von Content spricht die an, also meine potenziellen Kunden im Ausland. Und du kannst schon viel mehr auslesen. Und du kannst dann sagen, hey, also da brauchst du logischerweise einen SEO dazu, aber dann kann ich sagen, jetzt sind meine Fokus-Keywords, können wir das in welchem Zeitraum in die Top 10 ranken. Was da für ein cooles Tool ist, ist der Keyword-Finder, ist ein weiteres bezahltes Tool. Das hat einen relativ coolen Keyword-Difficulty-Score, also einen Score, der, was dir sagt, den Schwierigkeitsgrad von einem Keyword, also wie schwer es ist, in die Top 10 zu kommen. Und wenn du jetzt jemanden hast, der sich auskennt, dann weiß der, was erfordert das an Link-Kaufbau-Budget, etc. Und wenn ich das Link-Kaufbau-Budget weiß, und was, was ich monatlich investiere, kann ich mir genau ausrechnen, in welchem Zeitraum sollte ich dort platziert sein. Kann ich das jetzt super genau bestimmen? Nein, kann ich nicht, weil es können Updates sein, die Sachen verändern. Es kann sowas sein wie, wir haben jetzt gerade den Umbruch, dass alles auf Mobile geht, etc. Es können immer Sachen dazwischen funken, aber grundsätzlich, wenn ich mir das Link-Profil anschaue, wenn ich wirklich schaue, was die Konkurrenz macht, und meine Inhalte gleich gut sein, dann kann ich sagen, hey, in dem Zeitraum, sagen wir mal, 18 Monate können wir da in die Top 10 ranken. Und sobald man in die Top 10 ist, ändert sich sowieso alles, weil wenn man in die Top 10 rankt, geht es mehr darum, um Nutzerverhalten, das heißt Klickraten auf dein Ergebnis, und wie ist das Nutzerverhalten auf der Website, als wie der Rest. Ich sage immer, Link-Kaufbau und On-Page-Optimierung, ist ein Qualifying, und sobald du in die Top 10 bist, gibt es andere Faktoren. Hast du das jetzt Backlinks und Autorität egal sein? Nein, aber Nutzer-Signale zählen viel mehr dann, wenn du in die Top 10 bist. Dann geht es wirklich darum, ist die Website richtig ausgerichtet, passt das Design, passt das wie der Flow durch die Website ist, etc. Passt. Dann, was ich machen will, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nicht, ich bin jetzt nicht ein Hotel und übersetze meine Unterseiten einfach in eine andere Sprache. Das lassen wir jetzt mal beiseite. Ich habe einen internationalen Online-Shop und ich habe zwar meine Kategorienseiten, die ich ranken will, aber ich muss ja auch irgendwelche nicht kommerziellen Inhalte bereitstellen, wo ich auch für bestimmte Keywords ranken will, damit die mit meiner Brand in Kontakt kommen und dann auf meine Website kommen. Und was ich da machen will, ist Keyword Mapping. Das heißt, ich sage ganz genau, diese URL, diese Unterseite, soll für dieses Keyword ranken. Weil damit habe ich das Problem, was wir jetzt gerade davor besprochen haben, habe ich nicht. Das heißt, dass Google sagt, hm, ich weiß jetzt nicht, du hast jetzt drei Seiten, die eigentlich auf das gleiche Keyword optimiert sind, ich weiß nicht, welche Seite da ranken soll. Weil immer, wenn du eine Mehrdeutigkeit hast, hast du es nachsehen. Weil dann sagt Google, hey, ich weiß nicht, was ich ranken soll, ranken wir prinzipiell alles schlechter. Das heißt, durch eine Keyword Map, weiß ich ganz genau, die Seite soll für dieses Keyword ranken. Die Seite soll für dieses Keyword ranken. Und wieso ist das zum Beispiel in der Toolbox von einer großen Kampagne ganz essentiell? Weil mir das die Chance gibt, zu vergleichen, wo ich stehe. Weil wenn ich eine bestimmte URL habe, die was für ein bestimmtes Keyword ranken soll, dann kann ich mir anschauen, wie gut ist der Content auf der Seite, wie gut ist das Snippet, also Title Tag und Meta Description, wie gut ist das Linkprofil von der Seite, wie gut ist die Ladezeit von der Seite. Und dann kann ich das genau vergleichen mit den Leuten, die schon in die Top 10 ranken. Und wie leicht ist es dann? Ich muss sie eigentlich neu übertreffen und schon. Da ist jetzt nicht, oh mein Gott, ich hoffe, dass ich rankseo-technisch, sondern ich kann einfach prinzipiell sagen, hey, jetzt den Monat verbessere ich mein Linkprofil von der Unterseite, im nächsten Monat verbessere ich die Ladezeit, also die Performance-Optimierung und den Monat danach werden wir den Content komplett überarbeiten und fügen neue Bilder ein und etc. und verbessern das. Wenn ich das erfüllt habe, bin ich besser als die Konkurrenz und sollte mit Zeit, logischerweise der Faktor Zeit, das weiß ich immer wichtig, sollte ich da ranken. Wenn ich jetzt ein Keyword-Mapping habe, dann habe ich auch das DMT-URL für das Keyword-Ranken. Dann schaue ich mir natürlich jedes einzelne Keyword, die Suchergebnisse an, schauen wir an, was rankt er schon, weil basierend darauf, was schon in die Top 3 z.B. rankt, weiß ich, was ist die Suchintention? Ist die kommerziell? Wollen Leute Bilder sehen? Oder wollen Leute Text sehen? Oder wollen Leute Videos sehen? Was macht die Konkurrenz in dem Bereich? Und ich lerne einfach unglaublich viel über den User. Beispiel, ich gebe das Keyword Hotel Aachensee ein, kriege ich eine lokale Box, das heißt logischerweise sehe ich schon, die Suchintention ist lokaler Natur, die Leute wollen einen bestimmten Ort. Wenn ich jetzt das Keyword Zirbenbett eingib, dann bekomme ich vor allem Shops, aber ich bekomme auch Bilder, weil Leute extrem gerne bei Möbeln sich Bilder anschauen und gar noch nicht auf eine Website einsteigen, sondern sich in der Bildersuche schauen sie sich Bilder an, bis sie das finden, was ihnen taugt. Dann steigen sie über das Bild auf dem Online-Shop ein. Das sind so Sachen, die checkst du nur, wenn du die Keywords wirklich selber mal gegoogelt hast. Und die Suchergebnisse sind ja eine Reflektion von dem, wie deine User suchen. Also nichts sagt dir mehr darüber aus, auf den ersten Blick, was der User von einem Keyword will, als wie die Suchergebnisse. Weil Google richtet alles so aus, dass es das reflektiert ist. Das heißt, wenn ich sehe, das sind Shoppingergebnisse, weiß ich, dass die Suchintention kommerziell ist. Wenn ich sehe, da ist eine Knowledge Box, also so, wo eine kurze Antwort ist, weiß ich, das ist eine Informationssuche und so weiter. Und basierend auf das, mit meinem Keyword-Mapping, kann ich mir genau überlegen, zu jedem Keyword und der URL, überlegen, was für ein Content sollte auf der Seite sein. Das heißt, nicht ein Ratespiel, so wie es bei den meisten Firmen ist. Hey, wir brauchen D-Seite und D-Seite und D-Seite und haben nur den internen Blick, sondern wenn man ein richtiges EO macht, hat man genau das Umgekehrte. Du siehst alles aus Sicht des Users und führst es zusammen mit deinen Unternehmensziele. Gehnteiligen Weg von wie eine Webseite grundsätzlich erstellt wird, wo die Firma bestimmt, welche Seiten es gibt versus eigentlich sollten die Kunden bestimmen, welche Seiten es gibt. Ziemlich logisch, macht keiner. Passt. Wenn ich jetzt, ich habe mir das alles überlegt, dann kommt die grosse Frage, wie differenziere ich auf meiner Webseite? Nach Sprachen oder nach Ländern? Naja, nach Ländern mache ich, wenn pro Land genug Suchvolumen ist. Wenn du jetzt zum Beispiel Österreich hast, es ist relativ uninteressant, einen Onlineshop in Österreich zu haben, weil meistens du brutal schnell an den Deckel stoßt. Für einen grossen Onlineshop ist einfach nicht genug Suchvolumen da. Dann, nach Land tue ich auch unterscheiden, wenn es jetzt klassischerweise ein lokaler Dienst ist. Das heißt, ich habe jetzt eine Firmenwebseite für einen lokalen Dienst. Logischerweise muss ich dann nach Ländern sortieren. Oder wenn ich ein lokales Produkt habe, wo eine Abhängigkeit ist aus sie. Bei Onlinejobs ist es meist so, du hast unterschiedliche Versandkosten, du hast unterschiedliche Zahlungsarten etc. Das heißt, du musst eigentlich nach Ländern unterscheiden. Nach Sprachen unterscheidest du, wenn einzelne Länder zu wenig Volumen haben für dein Unterfangen. Also wenn du eine Software als Service hast, dann wirst du ja nicht nach Ländern unterscheiden, sondern du wirst immer, immer, immer nach Sprachen unterscheiden. Das heißt, passt, ihr habt einen amerikanischen Markt oder einen englischsprachigen Markt jetzt gemacht, was ist jetzt das zweitgrößte, sagen wir mal, hm, der spanische Markt, das wäre interessant für uns, dann mache ich die Webseite einfach auf Spanisch und setze das so um. Das ist also klassischerweise bei Online-Diensten oder ortsunabhängigen Dienstleistungen. Wir haben jetzt eh schon grob darüber geredet, aber was sind Keyword-Recherche-Sachen, worauf wir jetzt achten, wenn ich jetzt Keyword recherchiere für International SEO? Naja, Keywords können nicht einfach übersetzt werden. Das sollte einfach glasklar sein und der übersetzte Content, den kann ich nicht einfach übersetzen lassen, weil die Keywords ja anders sein. Das heißt, wenn ich jetzt den, so wie es normal abläuft, dann habe ich, ich übersetze die deutschen Inhalte auf Englisch, dann habe ich ja noch nicht bedacht, dass die Keywords vielleicht gar nicht direkt übersetzbar sind. Und solche Sachen sind einfach essentiell. Und wenn ich die Keywords auch im Ausland verstehe, dazu brauche ich logischerweise ein Native, dann habe ich einen brutalen Einblick, wie diese Zielgruppe auch sucht. Weil das ist einfach zugrunde liegend, über das reden wir halt eigentlich gar nicht, aber du willst ja immer Personas für deine Zielgruppe erstellen. Das muss ja nicht sein. Egal, auch wenn du ja eigentlich deinen Shop in ein anderes Land kopierst, trotzdem kann es ja sein, dass die Leute, die was das kaufen, anders sein. Andere Altersgruppe, andere Interessen. Und das heißt, dass ich die Website anders machen muss. Deswegen grundsätzlich, was mein Ansatz da ist. Ich mache nie traditionelle Keyword-Recherche. Traditionelle Keyword-Recherche wäre jetzt, ich gebe im Keyword-Planner ein, ich verkaufe so und so, natürlich übersetzt in einer anderen Sprache. Und der Keyword-Planner von Google schlägt mir Keywords vor. Sondern ich verwende sowas wie Ahrefs oder SEMrush. Das, was mir sagt, basierend auch von Konkurrenten, den ich im Ausland bestimmt habe, für welche Keywords versucht er zu ranken. Weil wenn er gross ist, dann schaut er offensichtlich auf, dass er lukrativ ist. Und von dem kann man sich eine brutale Scheibe abschneiden. So schaut dann unser Prozess aus. Wenn du international SEO machst, dann muss das Unternehmen, also das ist jetzt aus SEO-Sicht, also wenn du jetzt externer SEO bist, wenn du intern bist, ist das natürlich komplett anders. Aber du musst das Unternehmen wirklich, wirklich, wirklich gut kennen. Weil Missverständnis vorprogrammiert sein. Vor allem wenn du nicht Firmen intern einen Native hast. Wenn du Firmen intern keinen Native hast, dann musst du dir also einen externen Native holen. Und der kann dir nicht helfen in Sachen Unternehmens-Knowledge. Das heißt, du brauchst unbedingt, egal wie es kommt, einen Native-Speaker. Und die Chance, dass du jetzt intern einen Native-Speaker hast, der auch noch Keyword-Recherchen kann. Eeeeer klein. Dementsprechend ist das eine Pflichting. Dann brauch ich Tools wie Ahrefs oder SEMrush. Das ist auch entweder oder, was eigentlich besser taugt. Im Ahrefs ist es spezialisiertere auf SEO. SEMrush ist eher das, wenn du ein grösseres Marketing-Konzept hast, wo auch bezahlte Suche dabei ist, wo auch Display dabei ist, wo auch Shopping-Ergebnisse dabei sind. Und was wir aus Erfahrung gelernt haben, was das Wichtigste ist, wenn du dich in einer Sprache nicht auskennst, ist, dass du alles visualisierst. Das heißt, wenn die Webseitenstruktur in einer anderen Sprache anders wird oder aus anderen Content gibt, ist es wichtig, das irgendwie zu visualisieren mit einer Mind-Map und so weiter, wo trotzdem dabei steht, das bedeutet das Keyword, aber trotzdem wo ich das auch in einem strukturellen Kontext platziere. Wir verwenden da jetzt zum Beispiel Mind-Meister. Dann mache ich mal Keyword-Mapping, wo wir jetzt eh schon extrem viel darüber geredet haben, weil basierend auf dem Keyword-Mapping mache ich dann die Webseitenstruktur auch und welchen Content ich brauche, etc. Und dann muss das von Natives überprüft werden, ob du nicht irgendeinen kompletten Punkt geschlossen hast. Also zuerst schon bei der Recherche brauchst du Natives, aber dann bei der Überprüfung von der Seitenstruktur, die du entwickelt hast, das muss Sinn machen, weil Spanier sind anders als wir Österreicher und werden sich komplett anders verhalten auf der Website und muss alles überprüft werden. Passt, und jetzt kommen wir nach sehr, sehr, sehr viel Recherche kommen wir erst zu, was müssen wir eigentlich für klassische SEO-Schritte unternehmen, dass wir im Ausland gut ranken. Letzten Endes gibt es für mich immer nur eine grosse Frage, nämlich was machst du für eine Seitenstruktur, also wie unterscheidest du die Sprachen auf deiner Webseite und da gibt es ja unglaublich viele Debatten. Ich glaube, jeder kennt die Lösung, was da jetzt steht. Unterverzeichnisse also slash de, slash en, slash ru, ctlds, cctlds, example.de, example.at, example.th oder Subdomains, wie man es wie ganz grosse Firmen teilweise sieht, de.example.com und so weiter. Alles hat Vorteile und Nachteile und unterschiedliche Anwendungsgebiete. Also wenn wir jetzt über Unterverzeichnisse reden, das, was man in Österreich relativ viel sieht, z.B. bei Hotels, dann hat man natürlich den Vorteil, ich habe eine WordPress-Webseite, ich installiere WPML, Füge ein Verzeichnis dazu, zack, Übersetzungen und ratzfatz habe ich meine Webseite übersetzt. Easy peasy Implementierung. Dann, der grosse Vorteil ist, die gesamte Autorität, die ich mir über Backlinks erarbeitet habe, bleibt auf einer Domain. Das heißt, wenn ich eine Sprache ranke und mir Autorität angesammelt habe, die nächste Sprache geht leichter zu ranken und die nächste geht wieder leichter zu ranken, weil die Seite grösser wird und weil natürlich ich immer den Link-Juice teilweise mitnehmen kann, weil das ist ein relevanter Link-Juice. Natürlich muss ich dann noch ein paar Links in der richtigen Sprache holen, aber grundsätzlich hilft mir das total. Geht halt nur grundsätzlich, wenn ich nach Sprachen unterscheide. Dann gibt es aber auch einige Nachteile. Beim Online-Shopping gibt es da umfangreiche Studien dazu, dass Leute lieber lokale Domains verwenden. Also sie vertrauen ein Deutscher, kauft lieber bei einem DE-Shop ein, als wie bei einem .com-Shop. Und das werdet ihr auch bei grossen Nischen sehen, also die Möbelnische usw., da rankt im Top 10 keiner, der was er bekommen hat. Das sind so, das heißt mit der Variante wirst du voll einfallen. Dann, was du hast durch die Lösung ist, du hast eine extrem schwache Relevanz zum jeweiligen Ort, weil du hast auch einfach letzten Endes, du hast DE und du hast also nur die Sprache bestimmt und du hast nicht wirklich, du hast nicht irgendein Signal, dass Google sagt, ich will, ich sollte in Deutschland ranken. Sondern es ist einfach so, ja du hast halt die andere Sprache, ja. Das ist ganz nett. Dann, ich habe keine Möglichkeit, weil alles auf einer Domain liegt, lokal zu hosten, was ja wieder ein kleiner Ranking-Faktor ist für internationale SEO, dass wenn ich in Deutschland ranken will, habe ich ein Hosting mit einer deutschen IP. In Österreich, nur kurz zur Klarstellung, mir auch mehr darüber geht, in Österreich zu hosten ist komplett sinnlos, weil die Preise hoch sind und die Qualität schlechter ist. Das heißt, in österreichischer Bank ist so leicht zu ranken, da kann ich auf das scheißen. Aber wenn ich jetzt in Deutschland ranken will, dann sollte ich mir den Vorteil vielleicht schon holen, dass ich in Deutschland hoste. Und Struktur, also Landsprachenkombination, also zum Beispiel zu sagen CH, FR, das ist schwierig umzusetzen, weil dann habe ich extrem komische Verzeichnisstrukturen und extrem komplizierte Verzeichnisstrukturen, wenn ich jetzt französischsprachig in der Schweiz ranken will. Dann CC-TIDs, also example.de zum Beispiel, das ist die perfekte, meine Lieblingslösung, wenn ich noch für ein bestimmtes Land ranken will. Sehen wir bei gigantischen Online-Shops wie zum Beispiel Amazon.de. Macht schon Sinn, dass sie es so gemacht haben. Der lokale Bezug ist natürlich extrem stark, das heißt mit einer DE rankst du viel leichter in Deutschland. So wie es auch so ist in Österreich, mit einer Com zu ranken, vor allem weil es so ein kleiner länderspezifischer Bereich ist für Google, ist richtig, richtig schwierig. Sobald du eine AT hast, du sparst dir so viel Links, weil du einfach so viel mehr Relevanz auch durch die AT für Österreich hast. Lokales Hosting ist auch möglich. Ich kann mir eine eigene Struktur zurechtlegen, was dir die Seiten nicht abhängig voneinander ist, das heißt ich kann alles anders machen und ich nutze Signale, weil Leute es lieber mögen. Nachteil, du musst erstmal die Kohle dafür haben, weil du brauchst... Hast du eine Frage? Darf ich uns fragen? Ja sowieso. Bei der Lokales Hosting, ist das immer noch so wichtig? Ist nicht so wichtig, aber wenn ich jetzt in einem schwierigen Markt bin, wie zum Beispiel Deutschland, dann würde ich in Deutschland hosten, wenn ich jetzt in der Schweiz bin oder in Österreich und dort ranken muss, dann würde ich es nicht machen, weil es einfach nicht so wichtig ist und die Märkte so einfach sein. Aber wenn du jetzt wirklich in einer toughen Branche bist, dann macht das schon einen Unterschied. Genau. Und in Deutschland verlierst du nichts, weil in Deutschland gibt es sowieso besseres Hosting als in Österreich. Also es ist halt eine super aufwändige Lösung, weil ich brauch zum anderen mal die ganzen Domains, die ganzen länderspezifischen und jede Website ist eine eigene Website. Das heißt, du musst für jede eigene Domain wieder eine eigene SEO machen. Nicht so wie bei der ersten Lösung mit Unterverzeichnung, da kann ich eine SEO-Agentur haben und die machen es eh auch für die ganze Domain. Wenn ich CC-TLDS habe, dann habe ich A-T-T-E-C-H und für jede Domain muss ich eigentlich eigenständig SEO machen. Sicher, es kann hin und her fliessen, aber grundsätzlich brauche ich für jede Domain eine eigene SEO-Strategie. Und eben das letzte, weil das leitet sich eh davon ab, die Autorität splittet sich von den Domains. Dann zur letzten Option, zu meiner Least-Favorite-Option, nämlich Subdomains. Subdomains sind immer, ich sage immer, das sind CC-TLDs für arme Leute. Das sind Leute, die einfach geizig sind. Die ersten sind super wenig Aufwand, weil Subdomains anlegen, zack, und du kannst auch local hosten, ist ein Vorteil. Aber du hast halt kein Relevanz-Signal, gleich wie bei Verzeichnissen, kein Relevanz-Signal zum jeweiligen Land. Die Autorität, jede Subdomain ist ein komplett eigenständiger Domain. Das sollte man ein für alle Mal klarstellen. Wenn du ein Subdomain machst, ist es wie ein neuer Domain. Das heißt, du musst jede für jede Subdomain SEO machen. Und wieder, wie kannst du Landsprache wirklich umsetzen? Du musst wieder de-at.example.com machen. Fürchterliche Lösung. Und, ja, Nutzersignale sind natürlich nicht so gut wie bei CC-TLD. Aber es hat Sinn gemacht für riesige Firmen, wo die Domain die Brand war. Also sowas wie Apple.com. Da ist die Domain die Brand. Das heißt, mir kann es ziemlich wurscht sein. Wobei wir ja festgestellt haben, dass nicht einmal mehr Apple und Adobe und so weiter, die haben alle jetzt umgestellt auf die andere Lösung. So scheisse ist die Lösung. Passt. Okay. Dann, was haben wir bei internationaler Website natürlich immer? Duplicate Content. Weil, wenn ich jetzt ATD und ECH unterscheide, dann habe ich ja trotzdem die gleiche Sprache und wahrscheinlich so ziemlich den gleichen Content. Und dafür schauen wir uns die Lösung an. Und zwar hreflang. Gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Machen die Leute immer noch sehr oft falsch. Und hreflang hilft Suchmaschinen dabei zu sagen, wenn der User diese Sprache eingestellt hat und aus diesem Land kommt, dann soll diese URL ranken. Und es hilft also so eine Vorauswahl zu treffen. Das heißt, verhindert das passiert, jemand kommt auf meine Seite und mein AT-Domain ist super stark. Also ein Deutscher kommt auf mein AT-Domain und sucht sich das falsche aus. Also kommt einfach falsch auf meine Seite. Problem. Es ist auch bis heute noch ein unglaublich launisches, launisches Feature. Sollen wir uns jetzt gleich anschauen. Aber jetzt schauen wir uns zuerst nochmal an, was das jetzt genau ist. Wie Google es definiert, hreflang beschreibt Beziehungen zwischen Webseiten in unterschiedlichen Sprachen. Das heißt, ich kann sagen, hey Google, du bist jetzt gerade so, wenn der Bot vorbeikommt, das ist jetzt die deutsche Version von meiner Website. Aber ich habe die Website auch für Österreich. Da ist die .at. Ich habe die für die Schweiz. Ich habe die CH. Und ich habe noch die COM für Englisch. Das heißt, dann weißt Google genau, hey, wenn jemand bei Google CH ist, dann zeige EMT-Version. Wenn jemand über Google AT kommt, zeige EMT-Version. Ist eben nicht nur für unterschiedliche Sprachen, sondern auch Länder. Das heißt, ich sage dann, du kannst wirklich sagen, du kannst sogar unterscheiden CH, FR, CH, DE. Das heißt, deutschsprachige Schweiz, französischsprachige Schweiz, italienischsprachige Schweiz. Du kannst alles genau steuern. Was da gefährlich ist, es ist nur ein Signal. Also, wir reden dann kurz, was der Unterschied ist zum Canonical-Tag. Der Canonical-Tag sagt, okay, das ist das Original. Und das ist kein Signal, sondern dem folgt Google wirklich. Das ist aber mehr Signal. Das heißt, wenn andere Signale, zum Beispiel Link-Signale, durch Backlinks sagen, na, die Version ist relevanter für den User, kann es sein, dass Google trotzdem die falsche Version anzeigt. Fast. Ein kurzes Beispiel. Das wäre jetzt der Code, den ich im Header einbaue, von meiner Website oder im Head, im HTML Head. Ich sage einfach so, hey, für Englisch, United States, sagst du mir die .com an. Und wie das dann funktioniert ist, ich muss jede andere Sprachenversion angeben und ich muss mich auch selber referenzieren. Das heißt, wenn ich jetzt nur zwei hätte, aber das wäre jetzt zum Beispiel de.de, dann würde ich htp-example.de mit hrflang.de.de haben und de. Und die referenzieren sich immer selbst und alle anderen Versionen. Nur dann funktioniert es. Ja, es gibt eben die Lösung im HTML Head oder ich kann das alternativ im htp-header oder in der Sitemap einbauen. Das blöde ist, ganz kurz, wenn du es in die Sitemap einbaust, weil das passiert an uns ganz oft, wenn du dann mit die Tools überprüfst, die Tools prüfen meistens nicht, also wenn du jetzt ein On-Page-Tool hast, wie zum Beispiel SEMrush, die prüfen nicht die Sitemap. Und dann kriegst du eine Fehlermeldung, dass du das falsch ausgewiesen hast und dass es nicht passen darf. Was da wichtig ist, weil ich es immer wieder sehe, du musst die ISO-Languages und Region-Codes verwenden, die gibt es auf Wikipedia zum Nachschauen, also d-e-c-h, also deutschsprachige Schweiz und nicht einfach EU oder so einen Blödsinn reinschreiben, weil es ist gerade nicht dem Standard zur Folge und einfach falsch. Da ist ein Tool, falls du jetzt nicht zum Beispiel sowas wie WordPress und mit WPML verwendest, was das automatisch generieren, mit dem Tool könntest du auch die Tags so generieren, dass sie richtig seien. Passt. Die Folien kriegst sowieso danach. Steht alles drin. Passt. Kurz nochmal, weil jetzt fragen mich immer die Leute, was ist der Unterschied zwischen Canonical-Tag und hf-Lang und wie funktioniert das in Kombination. Canonical ist dazu da, dass du sagst, das ist das Original, also da die URL ist das Original und das ist jetzt zum Beispiel das Duplikat von dem, also mit den gleichen Inhalten, damit kann ich Duplikat-Content auflösen. Und hf-Lang, wie wir gesagt haben, kann ich sagen, hey, wenn das die Sprach-Land-Kombination ist, dann soll die und die URL ranken. Sie machen also ganz unterschiedliche Sachen. Was jetzt wichtig ist, wie es da steht, if you crosslink Canonicals between languages, you're gonna have a bad time. Das heißt, du darfst nur, wenn du jetzt, du hast jetzt die DE-Version von deiner Webseite, dann muss der Canonical immer innerhalb von der DE bleiben. Weil, sobald du anfängst, zwischen die Sprachen Canonicals zu pointen, geht alles in Flammen. Passt. Dann springen wir zum Part-Content. Weil, so, da kann ich mich so drüber auflegen. Maschinelle Übersetzungen werden immer besser, also so Google Translate und Depl und ist alles schön und recht. Aber, es ist auch nicht so gut, dass man das seine User wirklich vorsetzen kann. Und zwar bei weitem nicht so gut. Das heißt, wenn du ein Sparefroh bist, dann mach einfach keine andere Sprache. Vergiss es einfach und wenn du es schon machst, dann mach es richtig, wirklich mit einer guten Übersetzungsagentur. Die was auch über die Kultur von dem Land Bescheid wissen und so weiter. Weil, Google hasst auch Maschinenübersetzungen. Es ist vielleicht jetzt nicht ein riesiger Ranking-Faktor. Aber, ich bin der Meinung, dass sie Grammatik und Rechtschreibung können sie relativ gut einstufen. Plus, wenn du natürlich maschinelle Übersetzungen hast, geht deine Absprungrate durch die, oder die Absprungrate ist egal, aber die Aufenthaltsdauer geht runter. Weil die Leute sich denken, welcher Volltrott-Latin-Scheiss verbrochen. Das heißt, deine Aufsprungrate und etc. Deine Nutzersignale sind voll schlecht und damit rank ich schlechter. Weil Nutzersignale immer wichtiger werden für Google. Dann, was auch sich gezeigt hat und man sieht es eh immer. Ich denke mir immer, wieso schauen die Leute nicht zu den Firmen, die es richtig machen oder die wirklich einen Erfolg haben. Du siehst immer Shops, du kommst auf den Shop und du kommst über irgendeinen Link und dann zwingen sie, dann redirecten sie dich. Und das ist so, wie das Amazon zum Beispiel macht, wenn du auf der falschen Länderversion bist, dann sagst du, hey, dann sagen sie, hey, lieber Alexander, du bist ja gerade auf der Come-Version, das ist nicht eigentlich nicht deine Version, soll man die weiterleiten zur DE-Version. Und die sagen, da haben sie einfach so einen Balken in der Website, anstatt dass sie dich zwingen. Weil immer, wenn du so ein Pop-up hast, das ist immer ein Bruch im Fluss und das ist, wo Leute abspringen und sagen so, Blasman Schurcher. Weil Leute sind eh schon so verschreckt, was ich zum Beispiel, wir haben ja jetzt gerade im Oktober das erlebt, Google Chrome hat das eingeführt, dass wenn du nicht HTTPS bist, dann bringen sie eine Warnung. Das heißt, jeder der jetzt nicht HTTPS ist, kann sich sowieso einen Kopfschuss geben. Internationaler Content, das heißt, ich mache Content für andere Sprachen. Was wir davor schon geredet haben, ich will Personas für die anderen Länder. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich gut meinen Job gemacht habe in meiner Sprache, dann habe ich eine Personas. Das heißt, ich habe eine Zielgruppe, ich habe mir Personas erfunden, wo ich sage, was haben die für Einkommen, was haben die für Interessen, wie alt sind die ungefähr, was sind deren persönliche Ziele, wie bringt mein Produkt C weiter im Leben, was auch immer. Das sollte ich auch für die andere Sprache machen, weil es muss natürlich nicht gleich sein. Vielleicht bei Österreich und Deutschland ist es relativ gleich, aber sobald ich andere Sprachen habe und andere Länder, es wisst ihr eh, wie sie im Urlaub sind. Die Leute irgendwo anders sind echt anders und denken echt anders. Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner Übersetzungsagentur zusammenarbeite, dann will ich natürlich, dass die nicht nur meinen Text übersetzen, sondern wenn es eine gute Agentur ist, kulturalisieren sie das auch. Das heißt, sie passen das so an, dass das Produkt auch in der anderen Sprache gut verkauft wird. Deswegen, ich bin grundsätzlich nicht überzeugt von einer direkten Übersetzung, ich bin überzeugt von einer Übersetzung für dieses andere Land. Also wo man wirklich sagt, das beste Beispiel ist für mich immer, weil es ist so, wie anders sind Schweizer als für mich. Also wenn ich zum Beispiel, wir haben mehrere Schweizer Kunden und die Texte, die die auf der Website haben, würden bei uns überhaupt nicht funktionieren, weil in Österreich wird relativ oft blumig angeschrieben und gemütlich und nett und in der Schweiz, was funktioniert, ist relativ wenig Emotionen, Trigger sind eher so Sachen wie Status und so weiter und das sind mir Österreicher wieder viel weniger. Und solche Sachen will ich auch bedenken, weil alles, was meine Nutzersignale verbessert, heißt, dass ich auch leichter bei Google rank, und deswegen erwähne ich das auch überhaupt. Dann, nicht nur Texte, sondern auch Symbole müssen natürlich kulturalisiert werden. Nicht in jedem Land bedeutet jedes Symbol das gleiche, ist auch nicht super trivial, ja. Und die Content-Strategie kann es leider nicht einfach übersiedeln. Passt, das ist jetzt unsere Checkliste, weil ich habe es schon so, also das ist meine Checkliste für Übersetzungen, weil wir haben schon so oft Sachen vergessen und es ist so schlimm. Du lässt deine Seite kulturalisieren und übersetzen und ralala und dann kommst du drauf, scheiße, ich habe die Title, Text und Meta-Descriptions vergessen, dann musst du die alle nochmal angeben und so weiter. Also Title, Text und Meta-Descriptions, logischerweise meine Anzeige für meinen Content, muss ich übersetzen lassen. Navigation, Überschriften, Text, Bilder, weil Bilder können auch Bild, was in einer Sprache funktioniert und was in einer anderen Sprache nicht funktionieren, äh, in einer anderen Kultur funktionieren. Symbol und Icons, Währung, Zeit, Datum, wird in anderen Sprachen anders ausgerichtet, klassisch. Amerikaner, die schreiben mir das so super deppert, dass der Monat vorne ist, macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, oder Adressen, Telefonnummer, was jeder sagen, das muss übersetzt werden. Ich habe wahrscheinlich, wenn ich einen Online-Shop habe und schlau bin, habe ich für Österreich eine Hotline, ich habe für Deutschland eine Hotline, ich habe für die Schweiz eine Hotline, weil wenn die erkennen, dass das nicht ihr Land ist, kann ich garantieren, auch wenn da tausendmal dabei steht, kostenlose Hotline, werden sie nicht aufrufen, weil so sind Leute nicht. Leute sind super ängstlich, Leute sind super so, außer du bist super groß, Amazon kann sich alles leisten, jeder hat die Amazon-App, die haben es geschafft, aber wenn ich ein Online-Shop bin, ein kleiner, dann muss ich mir das Vertrauen erst verdienen. So, dann noch ganz kurz, weil das einfach noch ein super kleines Thema ist in dem Kontext, wir haben schon tausendmal über das Linkaufbau geredet, Linkaufbau für andere Länder, wenn ich in DE ranken will, dann brauche ich Links von DE Domains, wenn ich englischsprachig ranken will, also englischsprachig, nicht einmal Länder differenziert, dann brauche ich Links aus englischsprachigen Content. Heißt das, dass wir jetzt Links aus englischsprachigen Content im Deutschen nichts bringen? Nein, weil ich steige da trotzdem meine Autorität, aber der Link ist natürlich weniger relevant, als wie ein Link in der gleichen Sprache. Und was ist der relevanteste Link? Ein Link aus der gleichen Sprache, aus dem gleichen Land, logischerweise. Das heißt, ich will in AT ranken, dann will ich AT Links haben. Ich will in Tirol ranken, dann will ich Links von AT Domains, die was vielleicht nicht in Tirol gehostet sein, aber was von einem Tiroler Unternehmen ist oder ein Tiroler Blogger. Weil so müsst ihr denken, also ich will so relevant wie möglich schaffen. Die anderen Links bringen mir auch was, aber natürlich fokussiere ich mich auf das, wo ich ranken will. In DE, also bei Google DE, hast du den Vorteil, dass das gewissermaßen die .com für den deutschsprachigen Raum ist. Das heißt, da bringen dir Links auch was, aber zum Beispiel wenn du in AT ranken willst, dann kannst du dir brutalst die Zähne ausbeißen, wenn du nur DE und .com Domains aufbaust. Dann, wenn du jetzt einen größeren, du hast ein größeres Vorhaben, du hast wirklich eine schwierige Nische, dann brauchst du einen lokalen Partner, um Links aufzubauen. Also mit einem lokalen Partner, wenn wir Links für einen Kunden, der etwas Englischsprachiges aufbauen, dann bauen wir nicht Links auf, sondern dann haben wir einen Partner, der die Links aufbaut, weil die Kontakte sind das, wie Linkaufbau skalierbar wird. Wenn ich die alle noch anschreiben muss, Beziehungen aufbauen muss, und das muss ich für einzelne Kunden machen, macht keinen Sinn. Das heißt, es macht dann immer Sinn, weil die Frage kriege ich so oft, weil wir auch viele haben, die auch im italienischen Markt sind, du brauchst eine italienische Agentur. Das kann nicht eine andere Agentur machen, auch wenn die Agentur, also wir haben Leute, die das Italienisch kennen, aber das bringt dir viel mehr, wenn du die Beziehungen schon hast. Und, was du nicht vergessen darfst, du brauchst, wenn du jetzt Links aufbaust, wirst du wahrscheinlich Content auf anderen Webseiten publizieren. Das heißt, du brauchst jemanden, der regelmäßig am laufenden Band Content in dieser anderen Sprache schreibt. Und das ist das, wieso viele so Projekte scheitern, ist, sie glauben, die Website übersetzt und das ist getan. Nein, das ist Day One. Und dann geht's erst los. Passt. Dann noch die letzten kleinen Kniffe. Also meine Traumsituation ist, lokal gehostet plus CCLD passend zum Land. Wenn das nicht ist, ist der Trade-off nur CCLD und alles andere wird dann weniger relevant. Dann, ein kleiner Trick, den was ich gerne verwende, um meine Relevanz in einem neuen Land schnell zu boosten, ist, wenn ich jetzt nicht kommerzielle Inhalte habe und solche Sachen, dass ich auf Seiten in diesem Land verlinke. Das heißt, ich kann nicht direkt übersetzen, sondern ich verlinke einfach auf Seiten aus diesem Land, weil nicht nur Links auf mich steigern meine Relevanz, sondern auch die Links, die was nach außen gehen auf andere Seiten, steigern meine Relevanz. Haben wir, glaube ich, in dem Termin gerät, wo wir die Patentanmeldungen von Google gerät haben, gibt es auch eine riesige Studie darüber, die was zeigt, wenn du auf Autoritäten verlinkst, relevant zu deinem Keyword, dann rankst du selber besser. Und genau so ist es mit lokalen Rankings. Das ist eh trivial, macht eh jeder, aber nur, dass es gesagt ist, Meta Content Language will ich in HTML angeben, also welche Sprache mein Content ist und so weiter. Dann Geolokalisierung in der Google Search Console. Das heißt, wenn ich leider eine .com habe, aber ich will die .com in DE ranken, sollte ich in der Google Search Console, kann ich sagen, was ist mein Zielmarkt und kann sagen, hey, ich will, dass die Domain gewissermaßen gilt als via DE. Ist das gleich gut wie via DE? Meiner Meinung nach nicht ganz, aber es ist ziemlich nah dran. Wenn ich das natürlich einstelle, dann rankt die Seite prinzipiell wieder schlechter in anderen Ländern. Logischerweise. Und zu guter Letzt nochmal ganz kurz, eben wenn ihr was in Russland macht oder was in China macht, dann habt ihr andere Suchmaschinen, um die was euch kümmern müsst und was die Platzhirsche sein. Kurz noch ein kleiner Tipp von Michael, der immer normal beim Meetup dabei ist. Yandex hat ein eigenes Analytics und das coole an dem Analytics ist, es hat ein Feature, wo du schauen kannst, was die User auf deiner Webseite machen. Jeder einzelne User, der was auf deiner Webseite ist, wird eine Session aufgezeichnet. Das heißt, du siehst genau, wie der User mit seiner Maus auf deiner Webseite herumfährt. Und das ist natürlich Gold wert für Usability-Analysen. Das heißt, du siehst genau, wenn du etwas nicht checkst und so weiter, und kannst darauf basierend deine Webseite verbessern. Ist ein kleiner Tipp vor allem, ich habe das bis vor einem Monat auch nicht gewusst. Mega geil, müsst ihr es ausprobieren, kostenlos, super Feature. Und damit sind wir am Ende. Dankeschön.